Stadtupdate 58. Heute Unterbau, Schotterparkplatz und ein Haul. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Kasi Brickborn und im heutigen Video, ja ganz genau heute, machen wir ein Haul. Wir machen hier komplett den Unterbau drunter. Das heißt, wir müssen auch wieder ein bisschen Gleiswirt machen. Also ich denke mal so, wieder eine Baseplate, damit ich so immer so ein bisschen nach und nach planen kann. Die Zeit brauche ich einfach dafür und wir werden uns natürlich hier um den kleinen Schotterparkplatz kümmern. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir erstmal an mit dem Haul. Das heutige Video von mir entstand mit freundlicher Unterstützung von Lightstex, dem Hersteller mit kompatiblen Beleuchtungssteinen. Vielen Dank. So, da sind wir schon. Dann machen wir das kleine Paketchen mal auf. Das sind alles Steine, die ich mir von Doppelsteinen halb kommen lassen. Und dann schauen wir mal, was der Ralf uns da reingetan hat. Das ist auch gar nicht. Ach, hier ist das aber schon daneben geschnitten, hier wie ein Großen. Schauen wir doch mal. Umverpackung brauchen wir eh nicht. Ach, so. Klack, klack. Ach ja. Ich wusste ja schon gar nicht mehr genau, was alle drin waren. Tolle Farben, passt mal auf. Leer. Weg. Glück gehabt. Alles schön verpackt von den lieben Herren. Doppelsteinen von Ralf. Extra Tüttchen auch noch drin. Ja, so ein paar Unterbausachen. Ein paar graue Steine haben wir dabei. Ja, auch mal ein paar größere graue Steine. Zweimal vier. Dann hier gebrauchte Untersteine. Ein ganzes Sortiment hier auch nochmal. Und, das war noch Pappe. Ja, diese Aquaplatten hier. Aber als Unterbau. Top. Absolut top als Unterbau. Ist übrigens original. Lego, ne? Wurde ich nur gesagt haben. Ja, das war schon. Aber es ist halt so einiges. Ich brauche halt diese ganzen Geschichten, um hier wieder stabil zu bauen. Da kommen wir halt sonst nicht drum rum. So, und jetzt würde ich sagen, fange ich auch mal an mit dem Unterbau und melde mich gleich wieder. So, den Unterbau habe ich jetzt hier an dieser Stelle auch soweit wieder fertig. Wir haben hier eine 32x32er Plate, also nicht Baseplate, Plate von unten bebaubar, dazu gemacht. Dann hier oben nochmal zwei drauf. Also, das ist Unterbau ohne Ende. Hier sind Stützen drunter ohne Ende. Es sind etliche Teile gewesen. Ich tippe mal so um die, ja, 250 Teile bestimmt insgesamt, die hier drauf gingen erstmal. Aber es muss stabil sein. Und es ist stabil. Ich zeige es euch einmal. Ihr hört, es ist stabil. Und das ist das Ziel. Ja, so können wir gut weiterarbeiten. So, jetzt werde ich mir hier eine Baseplate zurechtschneiden. Weil ich hier so ein bisschen Platz brauche, um den Stecker da für meinen Lightstacks Powerbrick da, um ihn anzuschließen. Deshalb brauche ich einen kleinen Ausschnitt. Aber es ist nicht schlimm, es wird eh alles überbaut. Von daher spielt das gar keine Rolle. Und dann machen wir uns hier nämlich ganz locker erstmal an den Schotterparkplatz dran. Alles klar. Dann bis gleich. Ja, da habe ich doch erstmal hier eine Wangi Baseplate zerschnippelt. Also auf die Hälfte quasi. Und dann hier nochmal den Einschnitt rein. Meine Güte, das Zeug ist stabil. Da ist man nicht mal eben schnell mit einem Cutter drin vorbei. So einfach geht es auch nicht. Aber das war das Ziel, dass ich eben halt hier kurz das anschließen kann. Weil ich brauche hier vorne noch ein bisschen Fläche, um... Wenn ich jetzt hier auch schon Noppen gehabt hätte, hätte ich hier drauf knien müssen. Und das hätte weh getan. Deshalb habe ich es hier einmal durchgeschnitten. So, und jetzt würde ich sagen, geht es tatsächlich da vorne los. Ach ja, da war ja noch was. Der YouTuber-Triff. Heute zieht ein... Der 74er-Brick. Sieht man es? Ja, man sieht es. Er ist auf Instagram tätig. Und das werde ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung wieder verlinken. Herzlich willkommen bei mir in der Stadt. Und wenn ihr auch tauschen möchtet, steht alles bei mir in der Videobeschreibung. Ja, das hier wird jetzt ungefähr die Größe sein des Schotterparkplatzes. So, dass hier mindestens drei Autos draufstehen können. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man hier parken kann. Entweder wäre der erst hier hochparkt so. Und die anderen beiden so. Oder alle drei so. Weiß ich noch nicht. Ab hier geht auf jeden Fall der Pad weiter. Jetzt versuche ich mal hier... Ja, so wie hier mit dem Weg. Alles so ein bisschen einzelne Dinger drauf zu klipsen. Es wird eine Freude. So, kommen wir einmal ganz kurz hier zu diesem Loch hier. Ich habe hier extra so ein Loch gemacht. Damit, wenn das Gummiband mal spröde wird... Äh... Ja. Muss man es ja wechseln können. So, da habe ich drei Teile hier. Einmal so ein Felsenelement. Wie habe ich das jetzt hier angemacht? So war es. Genau. Einmal so. Dann habe ich einmal diese Ecke hier. Die hier rein kann. Und einmal noch diese Platte hier. Muss man natürlich auch ein bisschen geschickt sein, ne? So. Somit können wir jederzeit das Gummiband dann wechseln. Ja. So, dann habe ich hier hinten noch einmal eine Platte, um natürlich an meinen Lightsticks Powerbrick dran zu kommen. Und ich glaube, das ist so eine ganz gute Lösung. Es ist schnell erreichbar. Aber auch nur, wenn man geschickt ist. Ich wiederhole mich. Ich weiß. Ich stehe mir da aber gerade. So. Und das Ganze sieht halt so aus. Und ich finde das gar nicht so übel. Wir testen das mal einmal mit drei Autos. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man parken kann. Zum Beispiel die erste wäre jetzt so. Der zweite würde jetzt hier hinfahren und hier parken. Und der dritte würde zum Beispiel jetzt hier parken. Wäre eine Möglichkeit. Man könnte auch wieder vorwärts raus. Also, ne? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Zumindest für drei Autos haben wir hier Platz. Und ich glaube, das ist doch schon mal was. So. Werde ich jetzt heute nicht mehr machen. Aber hier wird natürlich auch eine Böschung wieder aus Felsen entstehen, wo so langsam hier auch schon mal das Wasser anfängt. Und der Strandbereich so, denke ich mal, ab hier vielleicht anfängt. Hier geht der Bad weiter. Der soll ja auch langsam immer höher führen hier. Bis zu den drei Ferienhäusern, sag ich mal. Ja. Es ist einiges zu tun. Aber ich denke mal, für dieses Update reicht das erstmal. Da haben wir schon mal ordentlich was geschafft mit dem Unterbau. Und natürlich auch diesem Schotterparkplatz. Ja. Hatte ich das übrigens erwähnt, dass das Light Aqua ist? Nun denn, wie auch immer. Ja. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal bis hierhin. Und jetzt geht es weiter mit den Zugfahrten. Heute nochmal der Santa Fe mit der Artikelnummer 120. Und jetzt geht es weiter. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Schreibt einen netten Kommentar. Aktiviert das Glöckilein. Ja, dann verpasst ihr auch nicht mehr, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich habe es ja schon angedeutet. Genauso machen wir das. Entweder in diesem Bereich oder halt tatsächlich wieder ein bisschen Unterbau. Ich möchte so langsam hier die vernünftige Steigung drin haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ehrlich gesagt auch die Schienen. Es ist ein großes Vorhaben. Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze stückel. Lasst euch einfach überraschen. Also, bis dahin. Tschüss.